Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu Folge Nummer 44 von Control. Wir sind immer noch im DLC AWE, auch wenn wir in der vergangenen Folge den Boss hier schon besiegt haben. Und ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wieso wir hier immer beim Frama-Uru AWE starten. Ah doch, ich glaube, da haben wir tatsächlich sogar das letzte Mal aufgehört, ne. Aber gefühlt starten wir jetzt immer hier. Aber so groß ist das Gebiet hier auch nicht. Und genau, wir werden den DLC noch nicht ganz verlassen heute. Wahrscheinlich, das liegt daran, also wir haben zwar noch ein DLC, aber es liegt daran, dass ich hier noch ein paar Nebenmissionen mache. Und so wie ich das auch bei den... Alter, jetzt hör doch mal auf mich hier mit Granaten zu bewerfen. Bist du dumm oder was? Wie wir das auch mit dem Hauptspiel bei den Nebenmissionen gemacht haben, möchte ich die ganz gerne noch durchziehen. Komm mal bitte, arbeitet mal für mich. Ich habe hier gerade ganz schön Stress wegen euch. Finde ich gar nicht mehr so geil. Ich wollte eigentlich nur eine schöne, ruhige Anmod machen, aber nein. Die Mondlandung war gestellt. Area 51 von Tosh, dass Aliens echt sind. Allerdings hätte das alles nur noch eine Nachspielverklung. Ach, wurde hier die Mondlandung gefakt? Sehen wir dann hier den berühmten Fußabdruck? Hm, was ist denn hier der Ausgang? Hier, hier müssen sie rausgekommen sein. Nö, kein Fußabdruck. Na ja. Ist ja auch faszinierend, dass jetzt, nachdem wir hier zum zwölften Mal dran vorbeigehen, erst diese Dialogzeile bringt, ne? Oder hat das was mit der Nebenquest zu tun, die wir hier in der vergangenen Folge abgeschlossen haben? Die Frage ist, wer ist denn da drin? Und warum redet er so in Blödsinn? Hä? Was? Gesundheit? Hä? Gesundheit, Leute. Das Ding aber gar nicht gesund. Müsst ihr euch mal untersuchen lassen hier. So, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben noch ein paar Nebenmissionen hier zu erledigen. Und die würde ich auch gerne noch abschließen, bevor wir weiterziehen. Wir haben noch Eschüm, die keine wirkliche Beschreibung hat. Finde und interagiere mit dem gewanderten Spielautomaten. Wir müssen noch einen Kettenbrief verschicken, den wir gefunden, offensichtlich gefunden haben. Ich erinnere mich zwar nicht daran, aber wir haben offensichtlich den Kettenbrief gefunden. Dunkelheit vernichten, das können wir vielleicht wieder unterwegs machen. Ich weiß, da haben wir schon mal gesucht und nichts gefunden. Die Pflanzen mit Licht versorgen, das ist alles noch hier im DLC zu erledigen. Und, guter Punkt, ich möchte noch mal den Jukebox-Jeton verwenden. Das wurde mir auch in den Kommentaren so empfohlen, dass ich das jetzt noch mal probieren könnte. Zum einen bin ich natürlich ein Freund des gereinigten Questlogs, in dem nichts mehr offen ist. Und zum anderen fühle ich mich jetzt nach dem Bosskampf in der letzten Folge für alles gerüstet. Also ich glaube nicht, dass uns da noch irgendwas gefährlich werden kann. Ich glaube, wir haben einfach den Boss of the Bosses hier besiegt. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, aber zurück zu den Missionen. Ich muss natürlich noch eine auswählen, sonst wird das nichts. Und ich glaube, wir fangen mal von unten an und kümmern uns mal darum, dass wir den Kettenbrief zurückschicken. Da müssen wir, das können wir eigentlich auch mal, oder? Ne, wir machen Schnellreise. Ne, ne, wir machen Schnellreise. Wir haben so viel zu tun, da können wir uns jetzt hier nicht damit abfinden, oder damit abgeben, durch das Gebäude durchzulatschen. So, wir müssen in Richtung Einsatzzentrum. Wo ist denn das? Hier. Abteilung für irgendwas. Ah, das ist irgendwie ein sehr, sehr entspanntes Gefühl, muss ich sagen, wenn wir jetzt wissen, dass Hartmann nicht mehr durch die Flure streift. Ach, hier sind wir. Und da müssen wir jetzt einen Kopierer finden. Aber erstmal müssen wir hier gucken, was haben wir denn hier? Ein Audiolog. Das ist ein Fischer, Tag 6 im Hotel. Bisherige Überwachungsmethoden. Ah, das Kopierer. Das ist ein Fischer. Das ist ein Fischer-Aufblick und in den einzelnen Türen durchgeführt. Bewegungsmelder in der Lobby. Per Stolperdraht verbundene Blitzlichtkamera gegenüber des Eingangs. Fingerabdruckpulver an der Rezeption. Ergebnisse bisher unterschiedlich. Aber meist nicht eindeutig und nutzlos. Das Videomaterial ist beschädigt. Manchmal geht auch die Ausrüstung kaputt. Ich weiß nicht genau warum. Ich, ähm... Das Motel macht sich über mich lustig. Das ist die einzige Erklärung. Ich höre sie hinter verschlossenen Türen lachen und schreien. Die Glocke am Empfang klingelt mehrmals am Tag. Aber wenn ich hinschaue, ist keiner da. Ich soll mich zwar verstecken, aber ich... Die Türen schließen sich, bevor es mir gelingt, einen Blick auf irgendetwas zu werfen. Sie füllen mich an der Nase rum, wer immer sie sind. Vielleicht... Moment. Da ist was. Ich muss das. Ich muss dieses Kabel rauskriegen. Na los, du verfickte Faseroptik. Mach jetzt. Okay. Na endlich. Okay. Alles klar. Da war offensichtlich einer im Motel und der ist nicht so gut durchgekommen. Oh. Aber ich habe definitiv Bewegung im Flur gehört. Vielleicht habe ich diesmal was erwischt. Ha. Wenn die Aufnahme diesmal nicht funktioniert, dann schwöre ich... Ha. Was? Hallo? Wer ist da? Ach, scheiße. Ich bin vom FBC. Weg von der Tür. Ich habe einen. Wo ist meine... Tja, Ripp. Schade. Dumm gelaufen. Der ist offensichtlich nicht so gut durchs Motel gekommen wie ich. Oder wie wir. Ähm. Wir müssen den Kettenbrief kopieren. Hier ist ein Kopierer. Das kommt mir sehr bekannt vor. Wie viel wollen wir denn verschicken? Die Frage... Ach so, es reichen drei. Okay, das geht ja noch. Normalerweise muss man ja 10 verschicken. Damit einem kein Unheil widerfährt. Jemand aus der Familie stirbt. Oder seinen Job nicht verliert. Oder man für WhatsApp bezahlen muss. So diese Standardsachen. Äh. Müssen wir den jetzt echt? Moment, ich wollte die Karte. Ja, okay. Wir müssen jetzt tatsächlich, äh... Hier im kompletten DLC-Areal die Briefe verschicken. Na gut. Aber dann machen wir das halt mal. So funktionieren Kettenbriefe. Oder so haben Kettenbriefe früher funktioniert, ja. Da musste man den noch manuell ausliefern. Das war gar nicht so einfach. Da musste man sich noch richtig Mühe geben, um als Idiot da zu stehen. Heutzutage geht das viel schneller. Da einfach nur eine WhatsApp-Nachricht kopiert und zack, ab dafür. So, das sieht aus, als würde ich hier nicht durchkommen. Deswegen muss ich... Deswegen muss ich außen rum. Schade eigentlich. Müssen wir uns heilen? Nee, wir müssen uns nicht heilen. Uns geht's gut soweit. Ach, hier durch die... Durch die Grützbrust-Kanalisation. Stimmt. Das ist eine ganze Weile her, dass wir hier lang gelaufen sind. Das sieht aus wie so eine komische, zerstörbare Wand. Aber ich glaube, die sahen anders aus. So, ich glaube, hier drin waren wir schon, oder? Nee, waren wir noch nicht. Da ist auf jeden Fall noch zerstörbarer Fungus. Aber ich weiß gar nicht, ob wir die Quest hier hatten. Ich glaube nicht, dass wir Fungi zerstören mussten. Wir mussten die Dunkelheit vertreiben und Pflanzen mit Licht versorgen. Das sind die zwei To-Dos, die wir hier noch haben. Na gut. Dann gehen wir hier mal wieder raus aus dem Pilzgeleflecht hier. Das kann uns jetzt erstmal egal sein. Wir müssen gucken, dass wir den Kettenbrief verschicken. Das ist ganz wichtig. Doch, die Richtung stimmt. Filling and Processing. Okay. Oh, hier gibt es einen Herbert. Wo ist der Herbert? Ich brauche den Herbert. Oh Gott. Alter. Findest du das jetzt nicht ein bisschen übertrieben, wie viel Schaden du machst? Ich muss mir den Kettenbrief verschicken. Nein. Nein. Getötet vom einfachen Pöbel. Nachdem wir Hartmann besiegt haben, werden wir getötet von einem einfachen Ranzbatzen. Ich glaube es ja nicht. Und alles nur, weil wir Herbert hinterher gesprintet sind. Aber Herbert ist halt auch... Och nö. Okay. Wir gehen den ganzen Weg einfach nochmal, weil es zu schön war. Aber die Kopien... Okay, die Kopien haben wir schon gemacht. Immerhin. Das heißt, wir können hier einfach einmal durchsprinten. Ich weiß, ich hätte auch Schnellreise machen können. Aber der Zug ist jetzt abgefahren. Ich drehe nicht nochmal um. Ich ziehe das jetzt durch und verkaufe das einfach als ich wollte das so. Moment mal, hier könnte ich... Ja gut, aber hier lohnt sich Schnellreise nicht mehr. Seht ihr, das hätte sich eh nicht gelohnt. Das hätte sich überhaupt nicht gelohnt, hier Schnellreise zu machen. Und weil ich das schon wusste, in meiner grenzenlosen Vorausschauungs... Kite... Bums... Genauso... Also meine Vorausschauung ist genauso gut wie meine Sprache. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Und damit probieren wir das Ganze jetzt nochmal. Bin ich hier richtig? Bin ich... Bin ich... Ja, irgendwie schon. Aber keiner erzählen, dass ich zwei davon nicht getroffen habe. Das ist doch Blödsinn. So, wir müssen wieder Herbert finden, weil der ist hier der... Derjenige, der uns gerade die meisten Probleme macht, neben diesem komischen Engelsviech. Da ist er. Herbert! Du geile Sau! Komm hier in mein Team! Komm auf die dunkle Seite! So, und jetzt kannst du mir nämlich auch nichts mehr, du Lappen! Du schon mal gar nicht, du... Halbstarkes Hemd! Wow! Daneben! Oh, ich muss nachladen. Oh, Herbert, hilf mir! Oh, ich sag's ja. Also Herbert ist wirklich... Oh, wo ist er denn? Bleiben Sie hier, Mann! Ich kann dich auch übernehmen! Du bist zwar kacken hässlich, aber... Dann bist du eben für mich hässlich und nicht für die anderen. So, Kettenbrief verschicken! Viel Spaß damit! Das war ja leicht. Oh, komm ich hier irgendwie durch? Da gibt's noch was. Ah, hier ist eine Wand! Wer macht denn sowas? Muss man doch irgendwie... Au! Hoppala! Komme ich hier echt nicht durch? Sind das so stabile Schränke? Kann doch nicht sein! Ich mein, da gibt's ja auch was zu holen. Also irgendwie muss ich da ja reinkommen, oder? Bewegen sich aber auch keinen Meter, die Dinger. Das ist der Wahnsinn. Oder irgendwie durch die Decke. Sieht auch nicht so aus. Hä? Hä? Wie komme ich hier denn rein? Ich mein, rein von der Logik her, könnte ich mich natürlich hier durchschlängeln, ne? Aber die Jessie kann das nicht, weil, äh, Gründe und so. Och Mann, ich würde da... Schade. Ich weiß es nicht. Egal. Äh, wir gucken jetzt erstmal, wo müssen wir noch hin? Wir müssen in den Versorgungskorridor. Da sind wir aber gar nicht... Ach doch, wir sind da da drüben, ne? Ach, so ein Mist. Und auf die Aussichtsplattform. Da wiederum würde es sich aber, glaube ich, lohnen, eine Schnellreise zu machen. Was war denn das? Was ist denn das? Was, was, was? Was, was wollt ihr mir zeigen? Was geschieht hier? Und warum? Lass mal aufs Klo gehen. Was? 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 Das ist wirklich sonderbar. Egal. Vielleicht hat Jessie auch einfach nur einen zu viel getrunken. Man weiß es nicht. Aber hier gibt es die Schnellreise. Das wollten wir ja eigentlich. Und dann verdrücken wir uns hier einfach. Mir doch egal, was hier los ist. Ich glaube, es ist sinnvoller, den hier zu nehmen. Weil es sieht so aus, als wäre die Aussichtsplattform logischerweise oben. Auch wenn der andere Punkt näher ausgesehen hat. Hier kommen wir doch auch durch. So, ich bereite mich mental schon mal drauf vor. Ne, Moment mal. Okay, das war zu leicht. Also, das war ja, das war ja easy. Nice. Das ist Effizienz hier, sage ich euch. So, auf zur Drehscheibe. Und damit haben wir nur noch einen Kettenbrief zu verschicken. Ich weiß auch immer noch nicht, wieso wir das machen. Also, ich mache das wirklich einfach nur, weil es mir das Questlog sagt. Und ich ein Sklave des Questlogs bin. Was war denn da? Da habe ich auch was nicht geholt. Man, sind wir unaufmerksam. Muss ja furchtbar sein, da zuzugucken und zu sehen, wenn ich hier was übersehe. Äh, da müssen wir lang. Sind wir dafür hoch? Ich glaube schon. Kommen wir hier hoch? Ich glaube schon. Ach, hier gibt es sogar eine. Dann nehmen wir doch die Treppe. Ich meine, klar könnten wir schweben, aber wir müssen ja nicht immer so mit unseren Fähigkeiten flexen. Ah, los, lass mal flexen. So. Äh... Die Richtung stimmt einigermaßen. Ich glaube, da müssen wir hin. Oder? Ja, das sieht gut aus. Ist halt alles so dunkel hier, ne? Aber wir mussten ja auch noch irgendwo Dunkelheit vertreiben. War das nicht sogar hier? Komm mal her, Licht. Und Lampe. Guck mal, ob hier irgendwo... Ob hier irgendwo ein bisschen Lakritz an der Decke klebt, was wir vielleicht gleich... Ne, sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Buh. Aber da war auf jeden Fall noch irgendwo was, was wir nicht gefunden haben. Also wenn wir das jetzt hier gleich mit erledigen könnten, wäre das natürlich ganz famos. So, aber hier kommen wir nicht durch. Ach so, weil es da auch gar nicht weiter geht. Ähm... Was ist denn das? Das ist doch schon wieder irgendwas. Ach, das ist ein Radio. Ein Radio. Oh, nee, das will ich nicht. Ich würde eigentlich gern wissen, wo ich den Kettenbrief verschicken muss. Passiert, wenn ich hier drücke? Ach, gar nichts. Kann ich nicht. Schade. Okay, das hat nicht funktioniert. Dann müssen wir irgendwie da hochkommen oder so. Dahin müssen wir. Ja, das... Habe ich mich schon gefragt, wann das wieder passiert. Hier kommen wir ja gar nicht hoch. Äh... 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 Das macht sie sogar gut. Hier, Feuerlöscher. Oh, jetzt habe ich meine eigene Privatarmee erwischt. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Heiei, heiei, heiei. Was geht denn hier ab? Also, die hat ja wirklich fast gar keine Streuung mehr. Die Waffe hier ist ja wahnsinnig. Oh, ja. Junior Beamter in SD-026. Du bist mein. Du nicht. Wir nur die guten Leute haben. Du bist auch nicht gut. Jetzt bist du gut. So, war es das? Ich höre noch Kampflärm. Aber wo? Die Frage, sind das jetzt meine Leute, die noch ein bisschen Rabatz machen? Oder... Was ist denn hier los? Wo denn? Da! Like what? Nee, eigentlich will ich dich nicht. Komm hier, stirb. Ich habe überhaupt keine Lust, dich hier irgendwie zu rekrutieren. Du Nulpe, du. Du kannst mir gestohlen bleiben. So, ging das nicht irgendwo hier unten rein? Oder war das eine Ebene höher? Ich grüße. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wie komme ich denn da hin? Ansonsten muss ich mir einen anderen... Da, oder? Hier, das sieht gut aus. Oder komme ich da her? Da komme ich her, na ganz toll. Ansonsten beame ich mich hier hoch zu den Wartungsschächten. Beim Eagle Limited. Na, probieren wir es aus der anderen Richtung. Das ist mir hier gerade zu kompliziert. Nö, sehe ich gar nicht ein. Weißt du? Muss nicht sein. Dann gehen wir zum Eagle Limited AWE und probieren es halt einfach von da. Der ganze Scheiß nur, um einen Kettenbrief zu verschicken, ne? Ach nö, wieso geht es denn hier auch nicht lang? Was ist das für eine Kackkarte? Doch, da. Komme ich da hoch? Sehr gut. Ah, Gott sei Dank. Das sieht besser aus. Weg da. Seht ruhig. Ich weiß gar nicht, wer die immer wieder einsetzt, die Türen hier. Ich muss sowieso immer wieder hier lang. Oh, was haben wir denn hier? Ah ne, das haben wir schon gehört. Ich dachte, es wären Dokumente gewesen, aber es waren nur Audio. Audio Dateien. Waren wir hier schon? Oh, Pilze! Ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Ah ne, Pilzleute will ich eigentlich auch nicht haben. Das ist ja viel zu eklig. Äh, was ist das denn? Schon wieder so ein Sporenraum. Ach doch, hier waren wir. Waren wir hier nicht vorhin erst? Oder sieht das einfach nur gleich aus? Ich blicke hier langsam nicht mehr durch, Leute. Ganz ehrlich. Aber ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Ah, hier ist doch auch dunkel. Moment, doch, hier waren wir schon. Die Dunkelheit ist nämlich weg. Ach, schade. Was gibt's hier oben? Eine Lampe. Leuchte mir den Weg. Ich kann nichts sehen. Ach, hier müssen wir den Kettenbrief verschicken. Ja, perfekt. Ist hier noch irgendwo Lakritz, wenn ich einmal eine Lampe in der Hand halte? Sieht nicht so aus. Schade. Schade, Schokolade. Na gut, wo ist denn jetzt der Kettenbrief gewesen? Ich habe mich verfriemelt. Scheiße. Nein! Wo komme ich her? Wo muss ich her? Da. Da, 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 da. Gut, alles okay. Huch. Kehre zu den verschobenen Büros zurück. Aber wo kam der erste Brief her? Ja, das ist immer die Frage. Das ist immer die Frage bei Kettenbriefen, ne? Wer hat den ersten losgeschickt? Und warum? Gibt ja durchaus Kettenbriefe, die haben einen gewissen erkennbaren, einen erkennbaren, was will ich denn sagen? Ich bin gerade, ich bin heute völlig, völlig durch hier. Eine erkennbare Funktion. So, dann sage ich es halt so. Und, äh, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Geld machen oder, oder Bitcoins, äh, abzweigen von irgendwo. Aber andere Kettenbriefe, die sind ja wirklich einfach nur total sinnlos. Also, die werden nur verschickt des Kettenbriefs wegen und das ist irgendwie total behämmert. Verstehe ich bis heute nicht. Also, ich weiß ja nicht mal, wie gut er sich verbreitet, oder? Oder, äh, liest man dann irgendwas darüber dann in den Nachrichten und denkt so, yeah, mein, von meinem Kettenbrief wird gewarnt. Ich habe alle Ziele meines Lebens erreicht. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich weiß es nicht. Ich, oh, 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 bist du bescheuert oder was? Junge, was ist ein alter, beschissener Bastard? Oh, Leute, können wir das nicht machen. Das ist okay. Kurz mit so einem roten Schleier ankündigen, das ist okay. Das kriege ich ja noch mit. Dann bewerft mich meinetwegen halt auch mit Granaten oder was. Ist mir egal, aber doch nicht so wie der Dude da. Also, wirklich. Das ist ja das allerletzte. Oh. Ich muss hier kurz weg. Ich habe gar nicht mal mehr so viel Leben hier. Ich mache immer gerade zu wenig Schaden, um die zu one-hitten. Das ist mega ärgerlich. Also, gesetzt den Fall ich treffe natürlich, aber hier. Ach, komm. Dich holen wir mal ins Team. Du bist immerhin in Stufe 8, das ist gar nicht so schlecht. So. Ach, warst du der letzte? Na dann. Ripp. Mann, 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 Mann. Hier ist was los. Ich wollte doch eigentlich nur zurück zum Speicherpunkt. Zum Schnellreisepunkt. Ich will ja schließlich noch wissen, was das mit den Kettenbriefen auf sich hat. Jetzt hat ja schon wieder jemand das... Ich werde bekloppt. Also, wer macht denn sowas? Ich habe es halt vorhin noch gesagt, ne? So. Schnellreise. Ach so, da war... Moment mal. Ne, Moment. Das ist das, wo wir sind, ne? Ja, ja, ne. Alles gut. Ich war gerade etwas irritiert. Dann gehen wir mal zum AWE-Bummens. Und schauen mal, ob wir herausfinden können, wo der erste Kettenbrief seinen Ursprung genommen hat. Hm. Ich sollte wohl dem Rohr folgen. Dem da? Das geht in die Wand. Aber hier ist ein Briefkasten. Oh, hoffentlich ist da nicht wieder dieser Klumpen dahinter. Dieser... Dieser einäugige. Ach nö. Alles gut. Sehr gut. Aber gut, dass du die abergläubischen Erpresserbriefe trotzdem erstmal verschickt hast, Jesse. Das finde ich ganz, ganz novel von dir, dass du erstmal mindestens drei Leuten so einen Brief geschickt hast. Also wirklich wundervoll. Wundervoll. So, Mensch. Aber die Missionen haben wir damit erledigt. Und ich muss sagen, sie war ein bisschen unspektakulär. Also zumindest das Ende war ein bisschen unspektakulär. Aber was soll's. Hauptsache, wir haben die Kettenbriefe aus dem ältesten Hausverband. Sowas brauchen wir hier gar nicht. Und für Schimm müssen wir in die Abteilung für aktive Untersuchungen zurückkehren. Oh, hoppla. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil da haben wir ja überhaupt keine überhaupt keine Hinweise. Außer, dass wir... Was war's? Einen Spielautomaten sollten wir finden oder... Ähm... Ja, genau. Interagiere mit dem gewandelten Spielautomaten. Den müssen wir natürlich erstmal finden. Und ich glaube, das ist der erste... Oder das erste Gebiet gewesen, wo wir Dr. Hartman begegnet sind. Also... Auf jeden Fall war's die... Äh... Das Gebiet mit... Von einem Hartman im Kampf. Und ich glaube, sogar, es war das erste. Hey! Privatsphäre und so. Stehe ich drauf. Äh... Sieht alles nicht so nach Spielautomat aus. Was ist hier? Gut, ne? Aber würde ich in der Behörde natürlich auch nicht erwarten. Die sollen ja arbeiten und nicht spielen. Ich höre was. Ach hier! Schimm! Schimm spielen! Los, wir spielen mal Schimm! Ähm... Massenkontrolle klingt gut. Ah! Hahaha! Okay, das ist cool. Was? Das Ziel von Massenkontrolle ist zu überleben. Äh... Ja? Okay. Wir sind jetzt hier wieder im... Im normalen, altesten Haus. Also nicht im DLC. Das scheint einfach so ein... Wow! Das scheint so ein Arena-Kampf-Ding zu sein. Wie viele Wellen man schafft. Das ist natürlich gut, weil da kann man im Endeffekt nicht verlieren. Man kann halt nur schlecht sein. Oh! Ich hab's noch kommen sehen. Ich hab's noch kommen sehen. Du Lappen. Alter Schawutzki. Wir haben hier gar nicht so wahnsinnig viel... In dein Gesicht. So wahnsinnig viel Leben, wollte ich sagen. Komm mal her. Komm mal her. Du unterstützt mich hier. Bitteschön. Genauso wie dein Kollege. Ganz genau. Weg mit dir. Rest in pieces, my friend. Oh! Wer war das? Ey, wer... Du! Tut's weh, hä? Tut's weh? Komm. Auch in mein Team. Das ist, glaube ich, für so einen Arena-Kampf wirklich nützlich, wenn man sich da so ein paar Unterstützende... Oh, ein Frisurstütz hier schon. Na, ganz toll. So ein paar Unterstützungen. Och, das war ja leicht. Komm her! Ja, es ist auch ganz gut, dass ich eben nicht One-Hitte oder Two-Hitte, sondern dass sie immer noch ein kleines bisschen Restleben haben. Hier, komm, friss die Blume, du Sack. Aber sieht aus, als hätten wir gerade die maximale Anzahl an... Oh, Teammitgliedern erreicht. Weil wir nämlich, glaube ich, keinen mehr übernehmen können. Und wenn wir jetzt wieder einen übernehmen können, wissen wir, dass einer gestorben ist. Zack, war das Welle Nummer 1 oder wie sieht's aus? Man kriegt zumindest keinen visuellen Hinweis, wie gut oder schlecht man gerade ist. Man weiß halt einfach nur, es kommen immer mehr Gegner. Es hört nicht auf. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass es so eine Art Easter Egg und Pixel Grafik ist, aber hat sich leider doch nicht bestätigt. Ach, Moment mal. Da oben haben wir ja doch einen Hinweis, wie weit wir sind. Und wir sind ja überhaupt nicht weit. Das ist ja geradezu lächerlich. Ach, Herr Jena, das kann ja dauern. Untersuchungssektor im Arcade-Modus. Äh, hm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt hoch will. Ah, du kannst für mich arbeiten. Sehr gut. Mach das mal bitte. Das heißt aber auch, dass ein paar von unseren Leuten schon draufgegangen sind. Oder vielleicht sogar alle. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt wird der Shit langsam real hier. Und so wie sich der Balken fortbewegt, kann das noch eine Weile dauern. Wie schliegen wir denn in der Zeit? Ach, herrje. Das wusste ich natürlich nicht, dass das so langwierig sein würde. Was ist denn hier los? Was ist denn dein Scheißproblem, mein Freund? Gehört, ihr wollt alle mal ableben? Könnt ihr haben. Kein Problem. Aber ich hoffe, es gibt dann auch einen globalen Highscore, den man erreicht. Ach, Mensch, du bist ja immer noch da. Grüße dich. Oh nein, Ripp. Er hat es gerade so gut gemacht. Ich glaube, der Balken geht immer nur weiter, wenn man eine Welle geschafft hat. Das heißt, wir hätten jetzt... Holy Shit! Oh, das war's Ende. Das war jetzt keine Absicht tatsächlich. Ich hätte gern alle Wellen geschafft, aber das war... Ich bin da mitten ins Gebärk reingelaufen. Also, Schimm ist ganz schön. Ganz Schimm. Anstrengend, muss ich sagen. So, was hatten wir noch? Letzte Frist hätten wir noch. Aber haben wir die Quest jetzt schon bestanden, oder? Schimm. Schließe einen der Arcade-Spielmodi erfolgreich ab. Okay, dann probieren wir es doch mal mit letzter Frist. Vielleicht haben wir da mehr Erfolg bei Schimm. Also, wenn wir hier einmal erfolgreich sein wollen, dann wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr kampfintensive Folge. Ziel der letzten Frist ist es, 50 Gegner zu besiegen bevor die Zeit. Ja, danke. Ich wollte es eh nicht lesen. Super. Mega lieb von dir, dass du da auf mich gewartet hast. Aber ich vermute mal... Ja, genau. Wir müssen eine bestimmte Zeit durchhalten. Mit jedem besiegten Gegner steigt unsere Zeit. Oder kriegen wir halt einen gewissen Bonus auf unsere... Auf unsere Zeit, die wir noch übrig haben. Heißt, wir müssen zusehen, dass wir hier nicht zu lange brauchen. Und das ist ein ganz schöner Brummer. Ich hoffe, der gibt ein bisschen Bonuszeit, wenn wir den besiegt haben. Oder wir sterben halt einfach. Das ist natürlich auch eine Variante, die durchaus im Möglichen liegt. Schade. Aber vielleicht kommt ja dann... Ich spiele das jetzt nochmal. Von 89 ist das Spiel. Ja, so sieht es auch aus. Ähm... Komm mal her. Ich will das jetzt nochmal probieren, bitte. Letzte Frist. Dankeschön. Nee, der Text kommt leider nicht mehr. Aber ja, man bekommt mit jedem Kill natürlich ein bisschen Zeit gut geschrieben. Und muss vermutlich eine gewisse Zeit durchhalten. So nur gucken, dass wir hier die dicken Leute vielleicht nicht übernehmen oder nicht bekämpfen, wenn wir gerade noch jede Menge anderes Fuß vor... Ach, da kommt der schon... Hat der jetzt gar nicht so die Wahl dagegen. Ich habe halt so die Befürchtung, dass mir irgendwann die Zeit ausgeht bei den dicken. Also müssen wir immer gucken, dass wir noch ein paar von den kleineren... ...mit erwischen. Um wieder ein paar Sekunden auf der Uhr zu haben. So, aber von dem erwarte ich jetzt, dass es einen richtigen Zeitbonus gibt, wenn ich den mal besiege. Also das ist eigentlich das Mindeste, was mir das Spiel dafür bieten kann. So, fünf Sek... Ernsthaft? Nur fünf Sekunden für so einen dicken Brummer? Das finde ich ein bisschen schwach. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ich will eigentlich deinen Kollegen hier treffen. Dann sterb halt zuerst. Mir ist egal. Oh. Was sind denn hier mal welche? Wir haben ja noch 18 Sekunden. Das ist gar nicht mal so viel. So. Stirb! Stirb! Weg mit dir. 20 Sekunden. Wir leben hier echt am Limit. Also Schimm ist... Schimm ist hart. Aber so waren die Spiele der 80er. Nicht Solari, Fari, Easy Peasy. Da hieß Game Over wirklich Game Over. Und ich habe nicht mehr viel Zeit, aber auch keine Gegner mehr. Was ist das denn? Hallo? Hey! Hallo! Hä? Das ist doch kacke. Dann spawnt mir doch bitte neue Gegner. Hä? Ja, das ist jetzt aber dumm. Also ganz ehrlich. Also Schimm, das finde ich ganz schön schlimm. Es gibt sogar Schimm 2. Ob wir das dann freischalten, wenn wir Schimm 1 besiegt haben? Schalten wir dann Schimm 2 freien? Aber das triggert mich gerade. Wieso waren da keine Gegner mehr? Ich will das jetzt nochmal machen. Dann müsste mir halt neue Gegner spawnen. Was soll denn das? Das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Bleib hier! Bleib hier! Bam! So, vor dem dicken Brumme müssen wir uns auf jeden Fall wieder... Oh! Das war nicht so gut. Die wollte ich eigentlich werfen. What? Ach, du bist das! Bleib hier! Warte, komm einfach her! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Gebt mir Leben! Und vor allem Zeit! Gebt mir Zeit zu leben! Warte doch! Nein! Ah! Oh! Krass! Komm her! Ich übernehme jetzt doch Leute. Was soll der Geiz? Dafür kriege ich nämlich auch Sekunden. Weil es zählt zumindest als besiegt. Das ist schon mal gut. Ich muss jetzt nur gucken, dass wir nicht wieder die Gegner ausgehen. Hä? Was? Weg mit dir! Lass mir hier nicht wieder die Gegner ausgehen, weil das war ja das Problem in der letzten... Beim letzten Versuch, ich habe es jetzt fast in der letzten Folge gesagt. Aber wow! Du arbeitest ja gar nicht mehr für mich. Was soll denn sowas? Nein! Ah! Diesmal waren es nicht die Gegner, also doch. Aber sie sind nicht ausgegangen, sondern sie waren zu viel. Ah Leute, Schimm ist echt nicht einfach. Starte ich noch einen Versuch? Komm Leute, einen Versuch starte ich noch. Und ansonsten machen wir das in der nächsten Folge. Ich glaube aber tatsächlich, dass letzte Frist schaffbarer ist als... Oder zumindest in endlicherer Zeit schaffbar ist als Massenbums... Dings. Der Gabelstapler ist total nutzlos irgendwie. Ey, 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 ey. Da brauchst du gar nicht auf deinen Ausguck hier oben stehen. Komm her! Lass dich abschnüppeln. Lass dich schnüppeln. So, who's next? You're next. Komm her, komm her, komm her, komm her. Das war ja gar nicht mal schlecht. So, jetzt können wir hier die Treppen in Ruhe hochgehen. Ich kommentiere jetzt einfach so, als würde ich eine Taktik verfolgen. Das ist clever, ne? Dann sieht es nämlich so aus, als würde es total Hand und Fuß haben, was ich hier mache. Und nicht einfach nur wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennen, um... ...möglichst Gegner zu finden. So, aber jetzt haben wir doch schon wieder, also ein paar sehe ich noch, aber jetzt sind wir ja schon wieder an so einem Punkt, wo es nicht mehr so viele Gegner gibt, wo mir fast die Zeit ausgeht. Komm her! Oh, komm, 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 komm. Dankeschön. Ah, da hinten sind neue gespawnt. Das finde ich sehr gut. Brauche ich nämlich auch. Und zwar dringend! Wieder fünf Sekunden auf die Uhr getrossen. Wo, 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 wo? Du, 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 du! Dankeschön. Wieder fünf Sekunden für die Uhr. So, ich glaube, die eigenen Leute bringen... ...killen hat nicht so... ...bringt nicht so viel, weil die haben wir uns die Zeit ja schon gegeben. Und holy shit, was zum... ...da ist schon wieder so ein Raketenwerfer, Heinz. Der hält sich für ganz clever, aber ist er nicht. Weil ich bin hier ganz clever. Komm! Wow! Ich muss da runter und Leben sammeln. Hilft ja alles nix. Oh Gott, mitten in die Meute rein. Mitten in die Meute rein. Oh fuck. Das ist ja fast sowas wie Arbeit hier. Oh fuck, oh ein dicker. Oh, ein dicker. Ich muss... Ich muss erst mal Fußvolk besiegen. Ich muss hier Zeit auf die Uhr kriegen. Komm schon! Nein! Oh, das war knapp. Ich glaube nicht, dass ich ihn in vier Sekunden wegkriege, oder? Außer ich übernehme ihn. Komm schon, zählt das? Nein! Oh, schade. Oh, das ist echt nicht einfach. Ich weiß nicht mal, wie weit ich war. Okay, vielleicht probieren wir das nächste Folge dann doch nochmal mit Massenexitus oder wie es hieß oder Massenübernahme, keine Ahnung. Auf jeden Fall der andere Spielmodus. Ich möchte aber Schimm zumindest gewinnen. Also da habe ich jetzt Ehrgeiz und ich möchte eine Runde Schimm gewinnen. Kann mir nicht so schwer sein. Du meine Güte. Auf jeden Fall viele Gegner. Ich weiß nicht, ob die uns auch ein paar Dreiecke wieder bringen, wenn wir die besiegen. Müsste man vielleicht mal drauf achten. Aber wir machen das natürlich nicht der Dreieck wegen. Wir machen das für Ruhm und Ära und natürlich für den Highscore von Schimm. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir sind von der Zeit her schon wieder relativ gut dabei. Ich glaube, an der Stelle brechen wir es einfach wieder ab. Die Cliffe hängern uns in Folge 45 und da geht es dann weiter mit Schimm. Ich hoffe, ich werde dann nicht die ganze Folge damit zubringen müssen, mir Schimm zu spielen. Aber dann muss ich zur Not halt wieder ein bisschen zusammencutten und schauen, wenn ich wirklich länger brauche. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Darum kümmert sich dann auch Zukunftsmathe. Der Gegenwartsmathe verabschiedet sich jetzt erstmal aus Folge 44 von Control. Wir alle freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Auch die beiden, die hier nicht mitspielen. Wir danken uns fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen da. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Haut rein.